so hinein ein dino Das ist wohl nicht immer runter. Ich kriege Pfade. Ach, eine Erinnerung. Na komm. Die dritte werden wir hier vielleicht nicht finden, aber okay. Wenn der Omni-Switch dich vorher vorher gefunden hätte. So. Und dann hier nochmal. Dann finden wir einen Weg, den Strom zurückzuführen. Den Strom. Wenn ich jetzt richtig sehe, sind es hier nur zwei. Ja. Der andere führt zum... ...führt drüber zum... ...zum Hauptding. Links. Eine Batterie. Die da oben steht. Okay. Die müssen wir sowieso noch tun hier. Schon vergackt. Und da kommen die Sitzbitter hier rein. Vielleicht immer links. Jetzt. Durchkrabbeln. Jetzt. Wir suchen hier runter mit dir. Dann rein das Teil. runtergestoßen rausholen so so da war ein von drei strom von einem von zwei stromkammern schon befreit da wäre es noch einer wenn ich mich nicht übersehen habe okay dann geht es tiefer runter wieder mit einem kleinen hindernis so muss es sein wäre ja auch zu einfach so vielen dank so dass natürlich aufmachen müssen wir so 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 okay wo fährt der lang da fährt der lang okay wenn wir jetzt runter gehen dann sollten wir wir sollten um lang dann kann es durch die sicherste die nächste nicht ich versuche es mal oh das wird eine harte nummer ich würde sagen in der mitte da durch okay und durch sicherste wird sein hier von oben nach unten ich werde es mal versuchen wenn es oben ist dann jetzt hier jetzt das war nicht der plan weil jetzt hier bin ich hier bin da wollte ich jetzt okay dann müssen wir doch in der mitte und die hängt sich automatisch ran müssen wir hier runter dann sind wir hier und dann hier aber haben das wird hart und dann hier so wird es klappen es braucht ein paar mehr anwürfe hart du meinst du jetzt hier ja So, am besten wenn es oben ist, runter hier, uff, das war klar, jetzt hier, wir müssen einen Weg finden, das so zu machen, ich würde sagen, aus der Mitte heraus, und wir versuchen wirklich den Gang dort runter, Treppen, das wäre durch der sicherste und easyste, rechteste und sicherste, und das mit dem Abhang abhängig, wenn ich da runterkomme, ist immer noch nicht drin, versuch mal den langsamen Weg, langsamste Weg, ist doch der sicherste, so, hier, hier, runter, runter, verdammt mich, dann hier runter, dann hier runter, dann müsste es, uff, ha, das ist auch gefährlich, wo, da haben wir jemals langgekommen, fieses Rätsel, und hobs, oben lang vielleicht, das haben wir schon mal versucht, und das ist jetzt unten, das ist hier oben lang, da sind ja zwei hier, und dann, sind wir hier, dann kommen wir hier hin, kommen wir gar nicht mal runter, ne, das wird schon möglich sein, dass wir hier, den langen Weg, denke ich, den langen Weg, das wollen sie von uns, na komm, und, 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 frustrierend, nein, was machst du? Ich werde dann auch nicht isst, ich werde dann auch nicht mehr aufmerksamer hier, versteht das muss oben sein, das andere aber auch, das Glück sind die relativ parallel oben, so jetzt hier und jetzt dort, ach leck mich doch im Arsch, ich hätte jetzt hier mich verstecken müssen, ich gehe langsam kriegen wir es raus, darüber gehen, da hinten war ein Safepoint, ein Safepoint ist da mal eine Stelle, wo wir erstmal sicher wären, ein Safepoint im wahrsten sind des Fotos, so, ich bin jetzt aufmerksam, jetzt hier, ich bin jetzt aufmerksam, jetzt hier sind wir erstmal sicher, wenn die oben sind, dann weiter hier, so, wenn er durch ist jetzt hier, ach man, wie kommen wir jetzt hier, da müssen wir auch schon da runter, puh, junge, 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 ich bringe schon viel Zeit hier mit, das habe ich noch nicht gehabt, ich hätte welche Tasten, die hier dafür verantwortlich ist, ach ich bin noch zu dämlich, zu dämlich für dieses Rätsel, ich werde es heute aber noch schaffen hier, den dritten Riesen machen wir jetzt, jetzt hier noch, dann kriegen wir heute hier noch fertig, so war mein Name zwang fürs LPS, na komm, und konzentriert, halt nun auch zu, zunehmend, dann wird das nicht leichter, mit geringer Konzentration, jetzt, jetzt, vorsichtig, wenn man oben ist, dann hier durch, und Sicherheit, und dann jetzt schnell, jetzt, oh ha, was, ich war doch das ist doch nicht das war es doch nicht war ich stand doch dort es war ein sicherer punkt als ob die jetzt kommen da kommt jetzt hier drehen 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 und durch 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 jetzt nicht jetzt mein lieber herr gesangs vor allem und jetzt und jetzt jetzt und jetzt und jetzt und jetzt so hier durch so die verdammte batterie ja damit ist noch eine eindringliche oder oder nicht das muss jetzt von drüben schiebt da müssen wir noch umkoppeln einmal und dann haben wir es ich hoffe hier gibt es einen ausweg nicht dass wir hier nochmal müssen strom fließt wieder da müssen wir hier nicht nochmal kurbeln oder doch müssen wir den weg freizumachen so hier hoch so erwecken wir den dritten den ande zum leben so atme wieder wir müssen dich zum atmen bringen na komm jetzt schnell oh nein das verstehe ich nicht unter schnell denn wir müssen die wir müssen die an wir müssen wir müssen Sehr schön, jetzt lebt er wieder. Da lebt er wieder. 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 Zurück. Und. Oha. Sehr schön. Er lebt wieder. Der vierte wird schwieriger. Er wird dann wahrscheinlich noch toter sein. Er wird dann wahrscheinlich noch toter sein. Und er hat fast sterben wegen deiner sentimentale. Und Afla ist so gut wie tot. Versuche Afla zu retten. Vielleicht ist es noch nicht zu spät für ihn. Aber erst im nächsten Stream. Jetzt werden wir hier erstmal raus. Mal auf die nächsten Insel beim nächsten Mal weiter. Mal auf die Schnauze. lang zu laufen und schon sehr schön dein Haus hier Halt den Mund und wer auch immer du bist wir sind durch irgendeine Wille all diese Zeit und 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 wahrscheinlich wir sonst zum Boot also unter hier mal runter hier sagt ich und da ist das Boot und rein mit uns du bist du immer und vielleicht ist es besser weil du hier allein bist bist du nein tu es nicht verdammt Mensch der Stein von miri mach keinen scheiß auf geht's auf geht's ritte an die rutsche freischritte auf zur nächsten insel auf zum nächsten riesen und und dabei du ihn und wann wir den mal mitnehmen können ich glaube da wird uns nie wirklich hinterherlaufen ist noch auf unser Schiff einfach der reist über die Ozeane ich die die das 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 Ja, die Reise geht weiter, die Reise geht vorwärts, auf zur nächsten Insel, Schiffbruch, bei uns hoffentlich nicht. Die Rusty Husks schrape gegen ihre Boot, Years of Flotsam and Jetsam, Seeking Vengeance to the Boats that dare tread around Adi. When the Blight first came, people began to panic. Unsure of the future, they planned to flee, instead of fighting the poison. But the mist is as deadly on the open sea as it is on land, deceiving countless sailors into steering their vessels back to these shores. Kapitel 4, Afla, die Insel, wie heißt die Insel? Da kommt es zu meinem, die Insel Ardi, die Insel Ardi, die insel Ardi, die insel Ardi. und einer von Maul's meist bitteren Rivalen. Aber wenn sie um Fion zu fahren wird, wird sie Feneas Noten, ihr immer größer Brief, ein Papier-Sauber von Boats, oder Risiko, durch die Insel Ardi, zwischen hier und Fion. Gut, dann hoffe ich, dass das gespeichert hat hier. Das tut es gerade. Halt die Karte Schiff bauen, damit du die Trümmer und die Insel sichern schiffen kannst. Das tun wir dann im nächsten Part, im nächsten Stream, in der nächsten Aufzeichnung. Habt ihr noch einen angenehmen, fürstlichen Tag. Ich glaube ich nach oben, sollte es sich gefallen haben. Man sieht sich. Haut darin. Tschau. Tschau. Tschau.